Die MTO Aero Engines ist mit den drei deutschen Standorten in München, Hannover und Berlin sowie weltweit rund 7500 Mitarbeitern Deutschlands führender Triebwerkshersteller und weltweit Nummer eins bei der unabhängigen Instandhaltung ziviler Luftfahrtantriebe. Zur Sicherung ihrer technologischen Spitzenposition setzt die MTU auf eine starke Vernetzung mit industriellen Partnern und Hochschulen. Geben Sie Ihrer Karriere ordentlich Schub und starten Sie jetzt mit der MTU durch, mit einer interessanten Studienarbeit als Praktikant oder Werkstudent. Engagierte Studentinnen und Studenten werden unter anderem für folgende Bereiche gesucht. Jan Pötschke zum Beispiel hat in der TfH Wildau Maschinenbau studiert und bereits während des Studiums im fünften Semester mit einem Praktikum seine Karriere bei der MTU begonnen. Im März 2008 habe ich mit meiner Diplomarbeit bei der MTU in der Verfahrensentwicklung begonnen. Das Thema seiner Arbeit war die Untersuchung des Einflusses der Vakuumgüte auf den Hochtemperatur-Lötprozess. Bei der MTU konnte er alle für seine Arbeit notwendigen Versuche im Labor durchführen und metallografisch auswerten. Die Kollegen haben ihn während der gesamten Diplomphase unterstützt. Schon da war für mich eigentlich klar, dass ich in die Richtung der Fertigungstechnologie gehen will. Am liebsten bei der MTU. Jetzt bin ich Fertigungsplaner in der Startofffertigung. Die MTU hat als Triebwerkshersteller unglaublich viele und interessante Tätigkeitsfelder zu bieten. Schon während der Studienphasen konnte Jan Pötschke durch den Careers Club einen sehr guten Kontakt zur MTU und zu seinen zukünftigen Kollegen aufbauen. Das hat ihm den Einstieg direkt nach dem Studium erheblich erleichtert. In unserem Careers Club möchten wir den ehemaligen Praktikanten, Werkstudenten oder Diplomanten, die gut zur MTU passen, die Möglichkeit bieten, längerfristig mit uns in Kontakt zu bleiben. Über das Jahr verteilt laden wir Careers Club-Mitglieder zu verschiedenen Veranstaltungen ein, bei denen neben dem technologischen Austausch natürlich auch das Networking untereinander und der Kontakt mit den MTU-Fachbereichen im Vordergrund steht. Darüber hinaus vermitteln wir Praktikumsplätze an den MTU-Standorten im Ausland, bevorzugt für Careers Club-Mitglieder. Und wir unterstützen nach Abschluss des Studiums ganz aktiv bei der Suche nach freien Stellen in der MTU. Sie suchen ein Unternehmen, das Sie ab dem ersten Einsatz persönlich und fachlich optimal unterstützt? Dann bewerben Sie sich jetzt bei einem der drei deutschen Standorte.